Ja liebe Gäste, herzlich willkommen hier. Wir hoffen auf besseres Wetter, aber es ist schön, dass sich da doch trotzdem ein paar Leute hier eingefunden haben, dann hoffentlich noch ein bisschen mehr. Die Frage ist, was passiert heute? Wir sind hier am Dr. Luger Platz und der Verein Alpin hat das Fest so jedes Jahr veranstaltet. Mit Hilfe fleißiger Helfer vielen Dank für die fleißigen Hände, die hier sozusagen tatkräftig, trotz schlechten Wetterbedingungen, das Ganze da organisieren. Es gibt heute ein Musikkulturprogramm, wie gesagt, und ja, wir werden es gleich losgehen lassen mit einem jungen Mann aus Bulgarien. Der Konstantin lebt hier seit sechs Jahren, ist sozusagen aus Berlin hergekommen, besucht, das APB Gymnasium ist schon in der Oberstufe. Ein Multitalent sozusagen, nicht nur Musik kann er, sondern auch selber Gitarren machen. Er wird uns auch seine Gitarre präsentieren. Konstantin, 18 Jahre, jung, rockt das alte Programm. Dankeschön, dass du da bist und wir reden bei Schluss, dein Programm. Eigenes T-Shirt, eigene Songs, alles selber gemacht. Danke, dass du da bist.